Wir haben gerade in dem Bereich von Klimaneutralität jetzt die Krisen-Krise große Chance. Jeder kennt die grüne Annalena, sie holpert gerade durch die Wahlarena. Sie will fliegen, sie will siegen und den Job von der Angela kriegen. Geiler Anfang, aber man kann auch ganz schnell auf die Knauze fliegen. Klimaschutz ist gerade das Riesenthema, damit kriegst du eigentlich voll die Fehler. Noch wer war Baerbock-Taz und macht noch Fehler? Hey, Annalena! Sie will den Zuschuss auf Verlastenräder, Einkünfte anmelden, macht sich später. Wer macht seinen Lebenslauf noch schöner? Hey, Annalena! Stellt euch das Jahr 2020 vor. Das sind noch 29 Jahre. Ein Buch dahingerotzt so auf die Schnelle, vieles nur kopiert, ganz ohne Quelle. Im Wahlkampf, kein Volldampf und der Habeck auf dem Abstellgleis. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Früher noch gerockt und immer auf dem Titel, doch jetzt geht's bergab. Alles nur so mittel auf dem Grün, weil sie setzt sich nicht mal diesen Zehner. Hey, Annalena! Wie kann man gegen solche Pfeifen nur verkacken? Wer nicht regiert, muss kleine Brüchen backen. Viele fänden's wohl mit Habeck einfach schöner. Hey, Annalena! Was für ein Scheiß.